Wie du siehst, ist es wieder soweit. Wir stehen schon in Position, um den Kilos den Kampf anzusagen. Ich begrüße dich zu Boxylates der zweiten Edition. Mein Name ist Arne und mein Team und ich sind jetzt bereit für die nächsten zwölf Runden. Dich erwarten immer eine Minute Boxing-Elemente und eine Minute Elemente, die den Pilates-Prinzipien entsprechen, wo wir den ganzen Körper shapen werden. Mach dich startklar und dann starten wir den Fight. Let's get ready to rumble!